Herzlich Willkommen, es ist wiederum die erste Session vom Tag, um technische Sachen zu lernen. ADD Framework 6, Best Practices, wir haben versucht, das zusammenzutragen, was wir so in den letzten Jahren, wo wir mit dem schon arbeiten, auf die Fallung stehen. Mein Name für die Externe, die Interne, die kennen wir alle. Mein Name ist Hans-Peter Hormuzer, ich bin nebenan, ich bin hier in Genoso-Engineering, hauptamtlich aber auch als Entwickler unterwegs, weil ich gerne Kurs wie Microsoft Certified Trainer, das mache ich bei Digicom und damit ich die Kurs auch angehe, bin ich halt als Entwickler möglich zu wahrweisen, um selber an die Produkte zu gehen. Irgendwie so weit bewegt oder technisch, dass das nicht mehr geht. Dann das Logo eingeblendet, zwanzig Jahre dotnet, dotnet Framework, hat ein Refresh-Core übergekommen vor ein paar Jahren mit dotnet Core, ist komplett neu, ist immer noch aktuell, man kann ja sagen, es ist erwachsen mit zwanzig, wirklich. Und das Entity Framework, würde ich sagen, mit der Core-Version ist auch erwachsen. Das Entity Framework selber, sind dotnet 3.5. Und am Anfang war es nicht wirklich sexy, es hat Performance-Probleme gehabt, wir haben es immer wesentlich verbessert. Aber das Entity Framework ist ein Layer über Datenbanken, und das hat immer so die Performance-Probleme zur Bode, und wir haben zusätzlich als Fraktions-Layer, und das kann nicht so schnell sein, als wenn wir die Länge zu finden. Die Inhalte der Präsentation wird auch gesucht, eine Projektstruktur auszuzeichnen, die wir mit dem Entity Framework schaffen. Dann Nullable Types, das ist seit Entity Framework 6 der Default, wir kennen das seit Entity Framework auch, oder dotnet 5 eigentlich schon. Da im Entity Framework trifft man es immer gerade an, das hat E-Plus, weil es konfiguriert, wie im Cloud Datenbank generiert wird, weil man jetzt Code first hat. Dann gibt es User Secrets, ich weiss nicht, wie viele Entwickler das bereits schon kennen, das man an den Beläte-Connections drin im App-Settings-Pasen hineinhebt, und nachdem wir den Source-Petrol eincheckt, und wie schon gesagt, die Performance-Sachen wieder anzuzahlen. Als erstes eine klassische Applikations-Architektur, welche Sie wahrscheinlich in der Vergangenheit sehr oft gemacht haben, das sind so End-Tier-Multi-Layer-Applications, wir haben unten dran einen Database-Server oder Database-Tier, dann hat man in den meisten Fällen einen Data-Access-Layer programmiert, oder sich generieren lassen, im falschen Moment in die Framework, um es von der Datenbank zu entkoppeln, damit man den allenfalls austauschen könnte. Wir haben einen Business-Layer, das zusammengefasst sich häufig auf einen Application-Server, dann haben wir irgendwo einen Web-Server für Presentation-Tier, das kann ein API sein, oder bei MVC eine server-generierte Applikation, die nachher letztendlich zum Client übergeht, wo ein Web-Server kann sein, oder auch als Mobile-Archite-Server. Das ist die klassische Applikation. Dann haben wir das Domain-Driven-Design, schon einige Jahre her, sehen wir die Audience-Architektur, wo man eigentlich die Mitte des Main-Models hat, und die Entities, die sind die Welt, wo man mit den Knüpfungen dazu hat. Die hat keine Abhängigkeit auf der Datenbank. Wenn man das Bild auch anschaut, dann nehmen wir eine Abhängigkeit immer von oben nach unten. Und damit nehmen wir irgendwo die Datenbank zugriff zu unterst. Und das möchte man mit dem neuen Diagramm so darstellen, dass die Infrastruktur, die Abhängigkeiten gegen aussen, dass die aussen daran sind. Und das wollen wir so als Ring aufzeigen. Wir nehmen den Ring rundherum, dass wir vorher den Business-Layer sehen. Dann nehmen wir Application-Services, oder Domain-Services, kann man sie auch nennen. Und ganz aussen haben wir, wie gesagt, die Infrastruktur. Dazu gehört einerseits eben der Datenbank zugriff, der anderen Seite, aber auch die Presentation-Gap-Schooling. Und das kennen wahrscheinlich auch die meisten. Man kennt auch andere Schnittstellen, irgendwelche Triebungen. Das ist das, was man häufigst ändert. Und die Abhängigkeit, das Coupling, geht immer von aussen gegenüber. Also die Domäne, ich weiss wirklich nichts von den Datenbank. Wenn wir das wieder etwas anders schneiden, ist das eine Architektur, die im Ring-Architektur, ich habe gerade einen Link noch drauf, die man dort findet, wie man so eine Architektur designet. Und im Prinzip sehen wir, im Ring dort auch die Abhängigkeit von aussen nach hinten ist, ist jetzt einfach wieder von oben nach unten aufgezeichnet. Und unten haben wir noch so ein Shared-Körner dazu genommen. Der Shared-Körner, das ist der, der gemeinsam ist für sämtliche Bound-In-Contexte. Und der eine, sollte man oben drauf, dort wo die Domäne drin ist und oben drauf das API ist. Das wäre entsprechend in einem Bound-In-Context. Also wir haben dann Separation-Concerns. Das, was zusammengehört, kommt die gleiche Nähe. Und da habe ich mal ein paar Päckchen rausgenommen, das ist egal, was es gibt in der Applikation, wo wir noch so etwas zeigen sollen, was es gibt in der Applikation. Bei dem Domain-Layer, heute haben wir die Entitäten. Was wir nachher brauchen, für das Entity-Framework. Dort sind noch die Relations drin, die dort durch den Code auf die Datenbank generieren. Wir haben das Filtering dort, mit Aggregationen, mit Validierung. Das ist aber typischerweise wie in einem Business-Layer-Village. Bei der API, dort fängt es mal an, mit Authentisierung und Autorisierung. Wenn man den Caller rein kommt, dann muss man zuerst mal schauen, was ist so ein Benutzer. Dürft er das überhaupt? Und wenn er nicht, dann geht der Call an das auf die Applikation. Das geht natürlich mit Layern an. Dann natürlich die Repräsentation gegen aussen. Das kann eine Webseite sein, oder eben eine API. Das Paging gehört dazu, dass der Client eigentlich sagen kann, wie viele Datensätze er den Viewport sehen will. Das können wir alles eigentlich in eine API lösen. In Infrastruktur-Layer könnte uns Security dienen, Datenbank-Security, z.B. Sortierungen, das macht man natürlich auch in der Datenbank, über den Indizes gesetzt. Dann natürlich die Konfiguration von der Datenbank, und ich habe hier auch noch Schema-Revolution, oder Mendity-Framebank, reden wir hier von Migrations. Wenn wir Updates machen vom Schema, dann ist das eigentlich eine Infrastruktur-Klasse. Und wenn wir wenigstens Frame konkret, dann haben wir die Datenbank, äh, den Share-Player haben wir noch vergessen, die gemeinsamen Sachen, Login, Governance, Integration, und auch Interfaces. Und die Grossfrage ist jetzt, woher gehört der DB-Kontext. Da gibt es viele Diskussionen, ob man Service-Repository-Pattern machen soll, das ist ein Domain-Driving-Design, einer Fahrt geben wird, das auch sicher benötigt ist. Oder wird das Repository wegladen, weil ja eigentlich der DB-Kontext schon ein Repository ist. Und ich werde nachher zeigen, mit dieser Architektur einen einschlossenen DB-Kontext in die Domäne in die Infrastruktur. Damit ist der DB-Kontext ein Repository. Die Entity-Framework-Record hat sich Microsoft gefragt, was sie neu gemacht haben, ob sie aus dem DB-Kontext nehmen sollen Repository als Klassennamen. Die Diskussionen sind dann neu aus Kompatibilität zu der Vergangenheit, damit die Leute wissen, was es ist, dann bleibt der Name DB-Kontext bestehen, aber eigentlich ist der DB-Kontext bereits als Repository. Auf der linken Seite haben wir diese Punkte auch sagen, für eine Repository-Abstraktion sprechen. Da wäre zum Beispiel die Isolierung und Isolation von Datenbank orientiert oder Smoking und Testing können wir damit besser machen. Wir können nicht Entity-Framework-Fälle mit Datenstrukturen reinziehen. Und das entspricht natürlich vom DB-Kontext. Auf der anderen Seite gegen eine Repository-Abstraktion sprich DB-Kontext ist schon ein Repository, das haben wir vorher gesagt. Und dann tun wir auch wichtige Performance-Attribute vom DB-Kontext abstrahieren. Wir können draussen nehmen wir an, wenn wir nicht direkt auf den DB-Kontext zurückgreifen, können wir zum Beispiel nicht sagen, und von den Hintergrund wird alles schön aufgeschrieben, aber ich kann es nicht zeigen. Es könnte ein Tracking-Impland abschalten zum Beispiel oder es könnte ein Overfetching geben und solche Sachen. Das wird schwierig. Das ist ein weiterer Punkt, der gegen das einmal spricht. Und wir haben einen Schicht-Stil. Wir haben einen Repository und Wenn ihr irgendetwas ändert, haben wir noch eine Schicht mehr, die wir ändern müssen. Die Datenbank kommt ein neues Feld dazu und zieht euch das meistens durch. Alle Layer bis zur Oberstufe und die Audio. Je mehr Layer, die wir haben, desto mehr braucht man. Alternativen zu diesen Sachen, die vielleicht besser sind, und wir können die Nachteile von der linken Seite verbessern, werden wir die Query und Command Objects. Die linken Queries, die wir machen, werden recht kompliziert, damit wir genau die richtigen Daten beziehen können. Und das sollte nicht irgendein Entwickler unbedingt selber machen, dann können wir das wieder in eine eigene Klasse in der Kasse. Das Mockin, dort gibt es den In-Memory-Query-Provider, der ihn dort unterstützt. Denn, wenn wir nicht AF-Data-Sourcen haben, dann können wir ein spezielles Repository dazu bauen. Und die DDD-Konzepte sind schon älter als Entity-Framework, und das haben wir ja vorher gesagt, dass wir das DDD-Context-Provide schon realisieren. Wir können das Projekt schon tun, was für Komponenten haben wir, mit Loot-Nah, Shared-Körner, dort haben wir die Basisklassen, die gemeinsam sind, wir haben Interfaces und alles, was für Cross-Cutting-Concerns sind, also Logging, wie wir schon erwähnen. Und, etwas, was wir euch überraschen, mit dem Donus-Package haben wir die Friend-of-Core bereits schon importiert. Das ist der unterste Layer, der sagt, das hat ja noch nichts mit Datenbank zu tun, aber wir werden nachher sehen, warum das Problem ist. Im Domain-Layer, da brauchen wir es definitiv, wenn wir definieren, wie Entities und mit dem DDD-Context dort, und die Abhängigkeit zwischen den Entities und irgendwelchen Services, wo wir das tun. Die Infrastruktur, da kommt die Konfiguration vom DDD-Context, welche Datenbank ziehen wir dann effektiv an, plus Migrations. Da bekommt man zusätzliche Packages, zum Beispiel Entity-Framework-Core for SQL, oder halt für jeden anderen Provider, den wir dort einsetzen, und, sofern wir CLA-Invent verwendet, zum Migration machen, mit deren Ebene, wir werden die Entwicklungsphase von normalen, Datenbank-Framework-Core, Tools, also Tools, wenn man auch in der Management-Konsole in den Kommandos eingeht. Wenn ihr alles mit EF-Commandos macht, also mit den PowerShell-Commandos, benutzen möchtet. Im API untertitelt haben wir Controllers, wir haben DTOs, die Reproduktionen gegen aussen, und die Kombination von IOC-Tag. Aptis, natürlich Swapbuckle, und da, wo wir ALMA Entity-Framework-Core Design Package, das nicht immer im Hauptprojekt der Applikationen dienzen. Die drei Layer unten dran, da haben wir nur Klassenbibliotheken, die können wir teilweise auch nicht standard machen, aber gut denken, wenn Inkompatibilität zum Alpha-Framework gefordert ist, dann können wir Entity-Framework 6 für das verwenden. Da haben wir auch Long-Term Support. Projekt Struktur, ich möchte euch ein Wort zeigen, anhand von eurer reinen Demo, an der Applikation vorbereiten. Hier würde ich auch gerne laufen, und wiederum für Seitenzustände, die wir laufen, und die wollen wir schon seit Jahren neu machen. Und ich habe das noch als Beispiel, um mal Struktur zu zeigen. Auf der rechten Seite sehen wir, dass ich die Solution-Ordner für jede von diesen Layer markiert, und die habe ich mit Nummern markiert, damit es schön von oben nach unten ist, wenn es auch verbetlich ist, dann gibt es sonst noch ein drüber nach unten. Für jede von diesen Layer, was jetzt eine oder mehrere Klassenbibliotheken hat, die Abhängigkeit ist immer von oben gegeben, das heisst, hier gibt es zum Beispiel das Up-Domain-Projects-File, hier haben wir auch den Shared-Kernel, Infrastructure-Projekt, da haben wir auch die Abhängigkeit, das Domain-Projekt, und so weiter. Das ist klar. Im Domain-Projekt finden wir einen Ordner mit den Entities drin, und ich habe es hier mal ganz bereit gesagt, an diesem Laufböck machen die Läufer mit, das ist der Runner, und der Startwunner, das ist das Ticket. Jeder Läufer hat ein Ticket, damit die Applikation komplexer wird, mit dem Rest Backlog. Der Runner hat nur drei Properties, dann kriegt man eine ID, eine Nachnamen, natürlich hat der Runner vorne eine Adresse mitverwittert, und vielleicht ist eine Organisation, da sehe ich nachher was das Problem ist, wie wir sehen hier, die sind bereits da so höher unterliniert, dann haben wir das Problem mit den anderen Tipps, und das möchte ich nachher zeigen, wie es gibt die Möglichkeit, das zu lösen. Das Ticket drinnen habe ich auch nur zwei Properties, die ID wieder, und mit der Datenbank, da können wir auch die Startnummern nehmen grundsätzlich, aber es kann sein, dass ich verschiedene Läufer hier bilde, und da habe ich die verschiedenen Läufer die gleiche Startnummern, um eigentlich nicht unbedingt das ID zu kriegen. Ein einzelner Laufbjahr, und dann wir nachher mehr zu machen. Plus, das Navigation Property kommt der Runner, das Beziehung nachher, die Startnummern gibt es nicht, ohne dass ein Läufer hier ist, und auch da war jemand, da habe ich das Problem mit dem Fallerbjahr. Das machen wir nicht so. Das liegt doch. Die Entitäten müssen wir konfigurieren, und dort machen wir das normalerweise in den Domain-Context, in den Domain-Context, oder in den Zentrumot. Im Domain-Context haben wir die Methode und Model-Creating, und dort machen wir noch eine Konfiguration, für alle den Typen. Die Methode, habe ich schon in vielen Projekten gesehen, die wachsen, 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 mit jeder Identität. Jetzt habe ich noch zwei, das ist noch nicht versichert, aber wenn ich fünfte es geht, dann sieht es etwas anders. Dann können wir entweder Attributes machen, mit Attribut basiert, das Required Attribut zum Beispiel, oder das Max-Length-Attribut zum Typ-Länge angeht, oder die andere Variante ist eben, wir machen es mit Fluent API, und da machen wir jede Entität einen eigenen Configuration-Platz. Ich kann dann so aussehen, in der ... ... ... ... Bekäse im Oh emotionally ein jeder muss das an. Hier hat sich also einfach eine von Each sergeant The Optional Property Man kann einen Verein mitmachen, vielleicht wird das passen, aber das ist freiwillig ist, und darum lange aber nicht auch alle So haben wir dann alle die Konfigurationsklassen und jetzt müssen wir schauen, dass diese aufgerufen werden. Und das machen wir im OnModelCreative in unserem DB-Kontext. Hier gibt es eine Methode, ich glaube, die ist mit .NET Core 5 dazukommen. Das iConfigurationsFromAssembly, da geht es bis zum Startup über Reflection durch. Durch sich alle die Konfigurationsklassen und rufen die Configure-Methoden auf. Dann haben wir das schön separiert. Kommen wir mal zur Infrastruktur. Da ist ein Layer oben dran. Hier muss ich meinen DB-Kontext konfigurieren. Dort machen wir einfach mal eine Methode. AddInfrastructure, das ist eine Extension-Methode für meine Services. Die kann ich nachher aus dem Startup, aus dem Programm-CS oder gröner ist eine Startup-CS-Klasse. Einfach prüfen, dass der IOC-Container eigentlich konfiguriert. Und was wir hier noch brauchen, ist ein Connection-String. Und hier integrieren wir jetzt den Provider. In diesem Fall haben wir noch gesagt SQL Server. Aber es könnte ein SQLite sein. Oder ein Oracle oder irgendetwas. Und was wir hier auch noch setzen. Wir haben den DB-Kontext im Domain-Layer. Und wir haben im Infrastruktur-Layer Migrations. Und darum muss ich hier sagen, das ist das Migration-Assembly. Damit ihr das nicht zusammenpackt. In den meisten Projekten, die ich jetzt gesehen habe, ist das immer im gleichen drin gewesen. Dann muss man das nicht machen. Aber damit es funktioniert, ist das die Konfiguration dazu. Gut. Hier rufen wir jetzt die Konfiguration auf. Denn es muss auch im Infrastruktur-Layer eine Konfiguration haben. Für die Datenbank-abhängigen Sachen. Also z.B. Was haben wir für Indie-Tests drauf? Etc. Aber der Aufruf kommt eigentlich aus dem Domain-Mayer heraus. Dort, wo wir das On-Model-Creating haben. Wenn wir jetzt noch Datenbank-abhängige Sachen konfigurieren. Und der typische Weg, wenn man so einen Call-Up-Stack macht, ist natürlich Dependency-Inversion. Das heisst, wir sind von abstrakten Interfaces abhängen. Anstatt von konkreten Implementationen. Und damit können wir das Interface in unserem Shared-Kern definieren. Und die Implementation dazu ist im Infrastruktur-Layer. Das sieht dann so aus. Wir haben im db-Kontext das Interface, das wir brauchen. Und die Implementation dazu eben oben in der Konfiguration in der Infrastruktur. Das sehen wir wieder per Code. Und das ist der Grund, warum wir das Entity-Framework-Core-Package eben unten im Shared-Kernel referenzieren müssen. Wir haben hier den Model-Builder. Und der kommt aus dem Paket. Den brauchen wir noch einen Interface. Das gibt dort die Configure-Model-Methode. Die wir oben oben implementieren. Und im Domain-Layer sehen wir das hier aufrufen. Also ich lasse die Konfiguration über Depends-Injection. Man muss natürlich den Typ auch noch registrieren entsprechend. Man ruft Configure-Model auf. Der Call geht auf die Infrastruktur. Und die Implementation haben wir noch oben drauf. Sieht so aus. Wir haben eine SQL-Model-Configuration in Infrastructure-Layer. Wo wir dann auch wieder aufrufen können. Apply-Configurations-From-Assembly. Und dann werden alle die Konfigurations-Klassen, die wir in der Infrastruktur haben, auch noch aufrufen. Also wir haben eine Koppelung einer von den typ-spezifischen Konfigurationen. Eben wie lang das Feld sein kann. Und die Datenbank-spezifischen Konfigurationen. Hat es einen Index drauf oder nicht? Zum Beispiel. Hier haben wir eine kleine Demo. Ich zeige euch. Der Datenbank-Kontext ist auf dem Domain-Layer. Dort lassen wir uns die Model-Configuration checken, wie wir das vorher schon gesehen haben. Wir haben hier die DB-Sets für die Runners und Tickets. Und allefalls noch weitere, die dazukommen. Da sehen wir nachher noch mehr dazu. Wir haben die Configure-Model-Methode, die wir aufrufen. In den Shared-Kernel habe ich im Moment nur das Interface, welches ich definiert habe. Und in der Infrastruktur oben einerseits die Service Registration. Das ist das Add Infrastructure, das wir vorher schon gesehen haben. Hier konfigurieren wir die Model-Configuration. Also zum Kontext dazu, damit ihr den Typ kennt. Den DB-Kontext registrieren, das haben wir schon gesehen. Und dann können wir hier noch Domain-Services dazukommen. Das ist ein Callgegabe. Irgendwo können wir die Domain-Services konfigurieren. Und dann haben wir hier oben noch ein paar Konfigurationsklassen. Zum Beispiel für den Runner. Hier können wir die Datenbank abhängige Sachen konfigurieren. Vielleicht wollen wir den Tabellennamen anders machen als den Default. Also hier haben wir ein Two-Table-Runners und nicht Runner. Oder wir sagen nach dem Nachnamen, wenn wir häufig Sortiert suchen, dann stellen wir dort einen Index drauf. Oder vielleicht wollen wir einen Kolonnennamen anders benennen, weil der Datenbankler sagt, da müsse jetzt so heissen. Solche Sachen können wir hier konfigurieren. Und dann gibt es auch wieder pro Entität eine Konfigurationsklasse. So, das Lights. Die können wir noch einmal so einstellen, dass man das immer macht. So, krass. Noch zu den Migrationen. Migrationen, haben wir gesagt, machen wir Infrastructure-Package. Und wie macht man das im Allgemeinen? Zur Entwicklungshilfe brauchen wir häufig das .NET SDK. Das heisst, wir können dort sagen, Add Migration. Dann wird eine Migration gemacht. Dann machen wir ein Update-Database mit dem Command Line-Interface. Die zweite Variante ist, wenn wir nachher in die Produktion gehen, können wir ein SQL-Skript generieren, wo wir den, den wir die App betreiben, geben können. Dann kann das ausführen. Dann wird das Update bei der Installation ausgeführt. Das ist nicht ganz optimal. Im Deskript hat man schon ausgeführt oder nicht. Man sieht es nicht ganz. Was man häufig sieht, ist, dass man das beim Application Startup macht. Das ist ungünstig, weil dann eigentlich die Applikation zu viel Recht hat. Man kann dann plötzlich Tabellen generieren, ein Alter-Table machen und so weiter. Und die Applikation läuft nachher mit einem Connection-String, der sämtliche Rechte auf der Datenbank hat, obwohl man vielleicht nur Daten lesen möchte. Das ist eigentlich eine ungünstige Geschichte. Das Beste in der Vergangenheit war, man macht eine eigene Applikation für die Migration. Eine Konsole-App, die die entsprechenden Rechte gesetzt hat. Damit hatte ich die Möglichkeit in meiner Applikation einen unterschiedlichen Connection-String. Und nur die Konsole-App hat dann die Rechte, um das zu machen. Der Nachteil ist, wenn wir wieder ein Projekt mehr warten und unterhalten, das ist relativ aufwendig. Und darum gibt es mit .NET 6 ein neues Feature. Es nennt sich Migration Bundles. Damit haben wir die Möglichkeit mit einem Befehl in der Build-Pipeline eingebaut, ein Bundle zu kreieren. Das geht mit .NET EF Migration Bundle. Dann müssen wir zwei Parameter mitgeben. Welches Projekt ist die Infrastruktur drin, sprich meine Migration-Klasse, weil ich das auch trennt habe. Und welches ist das Hauptprojekt für die Applikation. Wenn ihr mit der Konsole macht, dann wählt ihr die zwei Sachen eigentlich auch immer aus. Das Projekt auswählen, wo meine Migrations drin sind. Als Default Startup-Projekte. Und das zweite Projekt auswählen, weil es das Hauptprojekt ist. Also man kann es auch im Visual Studio auswählen. Und die Command Line, wo man es natürlich nicht mitgibt. Das generiert uns ein Executable. Das nennt sich EF Bundle.exe, wo eigentlich die Migration in dem Projekt drin ist. Dem können wir einen Connection-String mitgeben, auch wenn es ausgeführt wird. Das seht ihr hier unten. Dort den Admin-Connection-String aufrufen bei der Installation, sprich die Build-Pipeline. Wenn man es so machen, dann fordert das, dass das .NET-Framework auf dem Targetsystem installiert ist. Man könnte es auch self-contained machen. Dann müssen wir noch die Architektur mitgeben, ob es Linux ist oder Windows, genau welche Rechner sind, zwei, zwei, 30 Bit, etc. Dann kann man es sogar self-contained machen, sodass man gar nichts eigentlich passiert. Das ist ein neues Paket, das ich euch hier einfach nachher vorstellen wollte. Kommen wir zu den Nullable-Types. Wir haben vorher in der Demo gesehen, wir haben hier überall die grün unterliegenden Warnings, die es gibt, dass hier Referenz-Type drin sind, die ich nicht als Nullable definiert habe. Und jetzt ist die Frage, wie kriegen wir diese weg? Denn um das müssen wir uns kümmern, um diese Entitäten zu machen. Und man muss bei jedem Typ überlegen, ob es ein Muss-Feld wie der Last Name ist, dann ist er nicht Nullable. Ist es ein Optionales-Feld wie die Organisation? Da kann ich mit dem Progen sagen, das ist ein Nullable-Type. Und dann geht die Warning weg. Als Nullable-Type definieren, wird beim Datenbankgenerator das Feld in der Datenbank auch als Nullable definiert. Und der Last Name wäre in diesem Fall ein Nullable. Das heisst, der muss immer initialisiert werden. Wenn ich jetzt ein Order-Code habe, gibt es immer noch die Warning beim Last Name. Und da müssen wir uns jetzt überlegen, wie kriegen wir diese weg? Und da gibt es verschiedene Optionen. In diesem Fall könnte man einen Default-Wert einfach mal setzen bei der Initialisierung. Man könnte auch einen Konstruktor machen, mit dem man den Last Name als Parameter übergibt. Das wäre auch eine Variante, weil dann ist es immer erforderlich, dass das übergeben wird. Was nicht gut ist, ist, wenn man hier gleich Null-Ausrufenzeichen herrschreibt, weil dann hat man so den Null-Vergiving-Operator und dann weiss man jetzt nicht genau, woher ist das Feld trotzdem mal Null. Dann haben wir Laufzeitfälle nachher die typischen Null-Reference Exceptions. Das ist ja genau da, was wir nicht mehr wollen. Das macht ihr die Nullable-Types haben wollen verhindern. Und wenn man die Säben falsch verwendet, dann ist das trotzdem weg. Das sehen wir hier ein Beispiel von den Non-Nullable Navigation Properties. Ich habe hier den Runner gesehen. Der Runner ist ein Default. Es gibt keine Startnummer, die nicht irgendeinem Läufer zugeordnet ist, wenn ich sie mal rausgegeben habe. Da muss ein Läufer dahinter stehen. Das heisst, das ist ein Non-Nullable Field. Ich muss das initialisieren. In diesem Beispiel habe ich das mit einem Konstruktor gemacht, dass man den Konstruktor für die Initialisierung jetzt kann niemand mehr ein Ticket generieren, das nicht ein Runner drin hat. Und damit ist der Compiler zufrieden. Aber es gibt einen Laufzeitfehler. Denn Entity Framework beim Laden muss man die Instanz mal reinholen, bevor sie sie initialisieren kann. Das heisst, Entity Framework hat keinen Default-Konstruktor mehr, weil sobald ich den Konstruktor definiert habe, macht sie nicht mehr automatisch. Also brauchen wir einen zweiten Konstruktor, nämlich einen Default-Konstruktor, wo wir andere Konstruktor aufrufen. Und jetzt seht ihr dort das Null-Ausrufenzeichen. Das ist über den Non-Forgivable Operator, den wir dort verwenden können. Das Entity Framework sorgt nachher dafür, dass die Variable initialisiert ist. Denn in der Datenbank kann sie schon gar nicht null sein. Da hat man dort immer einen gültigen Wert drin. Und darum ist das hier in diesem Fall das Null-Ausrufenzeichen erlaubt, weil wir sicher sind. Der Konstruktor ist private. Das heisst, selber kann ich den nicht verwenden. Das Entity Framework kann den Reflection trotzdem aufrufen. Dann haben wir noch die Non-Nullable-Datenbank-Sets im DB-Kontext hinein. Dort gibt es auch jeweils die Warnings, dass sie nicht initialisiert sind. Und natürlich könnte man die auch im Konstruktor initialisieren. Die beiden Sachen, die wir hier haben, können wir entweder mit dem Null-Forgiving Operator initialisieren. Wir machen einfach gleich ein Null-Ausrufenzeichen hinten dran. Das ist etwas, was wir in unserem Projekt im Moment immer so gemacht haben. Auch hier ist es so, sie werden vom Entity Framework automatisch initialisiert. Darum ist das okay. Jedes Mal, wenn man es im Null-Forgiving Operator sieht, denkt man im Code-Review, stimmt das wirklich? Oder wenn man sofort die Hirnzellen einschalten, dann hat man ein Problem, dass es plötzlich eine Null-Reference Exception gibt. Und darum ist es gut, dass man diese vermeiden kann. Und das möchte ich einen anderen Weg zeigen, der auch geordert. Nämlich die Initialisierung im Konstruktor. Dort können wir den Konstruktor auf ein Set setzen. Das ist eine Funktion, die im DB-Kontext in der Basisklasse initialisiert ist und man eigentlich immer die gleiche Collection zugibt auf die Runners oder auf die Tickets. Wenn ich es so mache, ist es nicht so cool. Man muss es eigentlich immer mit dem Code duplizieren. Man muss jedes Mal das Property reinziehen und jedes Mal das im Konstruktor initialisieren. Ich habe doppelten Code. Das haben wir nicht gerne. Und eigentlich gibt es viele einfache Varianten. Man kann es gleich so machen. Wir brauchen gar kein Property. Wir machen ein Read-Only Property und dort einfach immer das Set zurückgeben. Und so haben wir eigentlich wieder gleich viel Code. Wir haben keinen Alpha-Giving-Operator mehr und es ist eigentlich alles gut und es funktioniert. Das im weiteren Trick zum Nullable. Wenn man das einmal zusammenfasst, ist optionale Kolonnen in Entities als Nullable definieren. Die Fragezeichen her. Die Warning ist weg. Der Compiler verlangt nachher, dass ich jeden Zugriff auf das Property prüfe, ob es nicht Null ist. Die habe ich in Null-Referencing gesetzt. Sofern ich alle Warnings berücksichtige. Wenn die Non-Nullable Properties mit einem Default-Werte initialisieren wird, das ist auch okay. Dann haben wir vielleicht mal einen Leerstring im Namen. Aber wir schauen, dass die initialisiert sind. Wir können den Konstruktor nehmen. Das habe ich hier gezeigt am Navigation Property, wie man das macht. aber das kann man natürlich auch mit normalen Properties genau gleich machen. Einen Private Konstruktor brauchen wir dann für das Entity Framework, damit das die Entität erzeugen kann. Und einen Null-Fergiving Operator wirklich nur brauchen, wenn er irgendwelche Code drin hat, der euch sicher in das Feld initialisiert. Der Compiler-Check ist damit weg. Darum sage ich, lieber im Zweifelsfall den nicht einsetzen, sondern andere Lösungen suchen. Sonst haben wir plötzlich wieder ein Null-Reference Exception zum Boot. Das, wo wir Million-Billion-Mistake oder Billion-Dollar-Mistake heisst, wo wir entweder verhindern wollen. Dann gehen wir noch zu den Secrets. Wir haben im Connection String und im Connection String haben wir häufig Secrets drin. Oder wir haben auch andere Sachen, die wir verstecken. Wenn wir mit Datenbanken zu tun haben, dann haben wir verschiedene Probleme, die wir dort haben. das eine ist SQL Injection. Das haben wir mit dem Entity Framework relativ gut im Griff. Denn wir können dann einen Link-State machen, wo irgendwo SQL Injection kommt. Also sind wir dort schon recht sicher. Ein zweites Problem, das man dann aber häufig sieht in der Praxis, ist, der Benutzer, der ein Code ausführt, hat zu viel Recht. Häufig brauchen wir nur einen DB Reader und vielleicht einen DB Writer. Man braucht sicher nicht einen DB Owner, der euch den Code ausführt. Sonst kann man eine ganze Datenbank löschen oder Änderungen machen. Er kann zu viel machen. Oder das dritte, was man hat, wenn wir Passwörter haben, bei SQL zu den Konfigurations-Files, das ist ungünstig. Und ich möchte euch zeigen, was es für Möglichkeiten gibt. Das erste Mal das Prinzip. Wir haben immer das Prinzip of Least Privilege. Das heisst, der Benutzer hat nur so viel Recht, wenn er wirklich braucht, um das machen, was er möchte. Vor allem bei Web-Applikationen versucht man das möglichst weit einzuschränken. Denn auch wenn es irgendwo mal Script Injection gibt, dann kann man nicht so viel machen, wenn er nicht so viel Recht hat. Und wenn er halt DB Owner ist, dann kann man, wenn man irgendwo ein Loch hat, dann kann man plötzlich alles machen. Also schaut, dass ihr die richtige Datenbank-Rolle verwendet. Wenn man jetzt schaut, in der Vergangenheit, wo dann eigentlich Security gemacht worden ist, dann haben wir als Entwickler häufig eben DB Owner Recht. Und dann haben wir Halsen gemacht und entwickelt. Irgendwann haben wir sie mal vom Operator in die Finger gedruckt und gesagt, deploy du mal und schaue du dann für Security. Das heisst, Security ist dort ganz hinten gewesen. Das Shift Left Principle, das führt eigentlich dazu, dass man die Security Anforderungen ganz führerschein wird eigentlich am Anfang des Entwicklungsprozesses. Das heisst, dass wir Entwickler haben nur so viel Recht wie End-User oder so viel Recht wir effektiv brauchen für die Applikation. Der letzte Punkt, keine Secrets in der App-Settings. Wie können wir das machen? Indem wir einen Connection-String haben, wo keine Secrets drin sind. Das ist das, was man häufig auch sieht auf den Entwickler-Maschinen. Wir arbeiten mit Integrated Security, aber damit ist das Prinzip, ich bin gerade schon wieder verletzt, als ich vorhin gesagt habe, ich habe viel zu viel Recht. Immerhin habe ich keine Secrets drin. Der zweite Punkt ist, wenn man die Datenberechtigungen einschränken, machen wir einen SQL-Connection-String. Das heisst, wir gehen den User und ein Passwort an. Hier geht die Source-Control und hier können wir sein Secrets irgendwo öffentlich rausgehen. Das ist sicher keine Lösung. Warum machen wir den Connection-String so? Wir tun zwar im App-Settings und Connection-String vielleicht noch rein, damit wenn irgendein Entwickler das Projekt sich runterzieht und ausführt, dass er eine Fehlermeldung kriegt. Denn das Passwort dort funktioniert sicher nicht. Aber da gibt man einen Hinweis dazu, was man eigentlich machen muss. Und das ist da. Die Lösung ist auf den Entwickler-Maschinen, man könnte User Secrets verwenden. Ich weiß nicht genau, wann es zu kommen ist, mit welcher Version. aber es ist auch ganz einfach, wenn man das ausführen kann. Man macht einen Rechtsklick auf dem Hauptprojekt. Manage User Secrets. Und dann wird eine neue Datei angelegt in die User-Settings. Und im Project-File gibt es eine User-Secrets-ID auch dann auf den Ordner verwiesen wie in den Benutzer-Settings. Und das ist ausserhalb vom Tree meiner Applikation und geht darum nie ins Source-Control-System. Und meinen Connection-String den ich auf die Applikation benutze, kopiere ich das in das Secrets-File. Und man muss dann bei der Initialisierung im Program-CS oder im Startup-CS noch den Code ausführen, damit man die User Secrets noch dazu vermittert. Diese Secrets dann entsprechend aus dem User-Secrets-File rauslassen. Das möchte ich ganz kurz zeigen. Kennen Sie das schon? Wer kennt? Okay, gut. Ich zeige es noch kurz. In einem Hauptprojekt ist hier mein API-Projekt recht im Austasten. Dann haben wir hier Manage User Secrets. Und dann habe ich hier so ein Secrets JSON. Hier kann ich meinen Connection-String rein tun. Wie gesagt, das kommt in die User-Settings rein. Also in die User-Verzeichnisse rein. Das steht damit ausserhalb vom Tree. Und was man auch gemacht hat im Projekt-File vom API-Projekt hier haben wir so eine User Secrets-ID. Das habt ihr vielleicht schon gesehen, weil es häufig als Default bereits im File-Innen eingetragen ist. Manchmal hat man es weggelöst, weil man es nicht braucht. Aber was machen wir jetzt im Stage-In-Production? Mit Cloud User gehen wir dann entweder Azure Key Vault oder wie AWS heisst der Key-Manager. Bei Kubernetes gibt es auch so einen Key Vault oder HashiCorp Vault heisst der. Verwendet nicht Kubernetes Secrets, weil die sind nicht so sicher. Auf anderen Plattformen, wenn wir nicht in der Cloud sind, müssen wir auch irgendeine Lösung an. Dort geht es über Environment-Variablen. Environment-Variablen sind auch nicht Bussen zugriffbar, sondern einfach. Da können wir Variablen Namen mit dem Connection-String mit zwei Underscore dann den Namen der Connection und dann werden die entsprechend von dort her eingelesend überschrieben. Default-Einstellungen von Start-Up den Bilder kreieren. Der holt eigentlich auch die ganzen Konfigations-Settings der Environment-Variablen und dann werden die App-Settings überschrieben. Das heisst, mein Connection-String, den ich vorher dort definiert habe, wird einfach gar nie und noch besser ist, wenn wir gar keinen SQL-Settings Wenn wir auf Azure sind, dann geht es mit Managed Identity. Dann können wir die Berechtigungen im Measure so konfigurieren, dass wir gar keine Connection-String mehr brauchen. Dann kommen wir schon zum letzten Punkt, Performance. Wenn wir mit Entity-Framework arbeiten, haben wir drei Aspekte für Performance. Das eine ist die Datenbank-Performance. Dort, wo unsere Datenbank, unsere SQL-Statements ausgeführt wird. Dann haben wir Netzwerk-Performance. Da ist die Frage, wie viele Daten über das Netzwerk und wie viele hole ich aus der Datenbank heraus, damit es lustig darstellt. Das sollte man so wenig wie möglich oder so viel wie nötig holen. Das dritte ist die One-Time-Performance. Wie performant ist der DB-Context? Wo habe ich dort die Möglichkeiten, um das zu konfigurieren? Die Datenbank-Performance können wir besser in Link-Statements schreiben, die besser funktionieren. In Netzwerk-Performance oder nur die Daten, die wir brauchen. Patching zum Beispiel. Wenn man nur 10 Datensätze holt, statt alle 10'000, wenn man nur 10 darstellen muss. Beim Runtime-Performance gibt es die Möglichkeit, No-Tracking-Periods zu verwenden. Oder man könnte Compiled-Models nehmen. Das ist auch ein neues Picture, mit Core 6 dazukommen. Das zeige ich Ihnen kurz. Bei der Optimierung gilt immer die erste Regel nicht optimieren. Die zweite und die dritte auch noch. Wenn wir das optimieren müssen, müssen wir zuerst einmal messen, bevor wir das optimieren. Da hat Alex mit dem Talk genommen, der noch ein Tool gezeigt. Ich wollte das erst auch, wenn er das macht. Dann haben wir das weggelassen, weil er das viel besser kann. Dann haben wir die Link-Statements. Hier ist es nützlich, wenn wir wissen, welches Link-Statement generiert man denn welcher SQL. Wenn ich im Profiler oder auch im Logoutput schaue, kann man so konfigrieren und die SQL-Statements sehen. Tagen und da gibt es seit Core 2 die Möglichkeit Tag With und irgendeinen Namen angeben. Meistens ist das der Name der Prozedur, wo es drin ist. Seit Entity Framework Core 6 gibt es eine andere Möglichkeit. Das ist Tag With Call Site. Dort gibt es automatisch den Feilnamen und Zinnennummern der Call. Dann sehe ich genau ein hartes Statement kommt von dort in SQL. Dann gibt es die Möglichkeit anonyme Projektionen zu machen. Hier zeige ich ein Beispiel, wie das gemeint ist. Damit wir nicht zu viel Daten aus der Datenbank holen. Um die Netzwerk-Performance zu verbessern. Dann werden wir das Tracking ausschalten, wenn wir es brauchen. Hier zeige ich auch noch ein Beispiel. Das kennen wir wahrscheinlich die meisten. Kommand Queries separieren. Das heisst, auf dem einen einen Pfad haben wir Kommandos, weil wir die Daten ändern wollen. Auf dem anderen Pfad, wo wir es nur lesen wollen, dort haben wir Queries. Das ist ein CQRS-Pattern, den man sicher kennt. Wenn wir nur lesen, dann können wir direkt beim Commander das As-No-Tracking innen tun. Das ist der Grund, warum wir vorher gesagt haben, wenn wir es im Repository haben, dann kann es schwieriger sein. Es kann sein, dass es dort dort geht, aber wir haben keine Kontrolle. Dann können wir das As-No-Tracking machen. Das können wir auf dem Kontext einstellen. Wenn wir einen separaten Query-Path haben, dann haben wir nicht einen DB-Kontext, wo gar niemals irgendetwas tracken. Das macht einiges aus. Dann können wir das Query-Tracking-Behaviour komplett abschalten mit No-Tracking. Wir haben die Anonyme-Projektionen. habe ich hier das Beispiel. Das ist noch nicht mit der Anonyme-Projektion, sondern da machen wir einen Include. Das Beispiel soll zeigen, ich kann euch vorstellen, an irgendeiner Bestellung. Eine Bestellung hat ein Bestell-Item, und ein Bestell-Item zeigt auf ein Produkt. Und jetzt möchte ich wissen, mit welchem Produkt ich wieviel Umsatz mache. Dann habe ich hier meine Query gemacht. Ich gehe auf Produkt und hole mir Bestell-Items dazu. Der Produktpreis soll grösser 99 sein und ich bin interessiert nur Getränke zum Beispiel. Die sortieren wir noch nach dem Namen, das wird alles schön in der Datenbank ausgeführt. Und nachher generieren wir uns hier unten die Results. Und was wir hier noch speziell haben, ich kaufe hier noch eine Funktion aus, die aus der ID, irgendeine Referenz generieren wir auf irgendeine Art. Und das ist der Business Code. Das ist die Sharp Code, den wir dort haben. Den können wir nie in der Datenbank ausführen. Darum musste ich die Call separieren. Und nachher berechnen wir hier noch die Summe. Also wir holen die Bestell-Items rein, um die Summe zu berechnen. Das machen wir mit Memory. Und wenn man hier schauen würde, würde die Include immer sämtliche Bestell-Items reinziehen. Also relativ viel Netzwerk-Clush, wenn man ganz viele Bestellungen schon gemacht hat. Nur um das Totale auszurechnen. Und sinnvoller wäre es, wenn man das in der Datenbank macht. Dann können wir die Queerie verbessern. Jetzt machen wir hier eigentlich ein Select von dem Product Result, wo ich hier die Referenz generiere. Und meine Berechnung von dem Total Revenue in der Datenbank hat. Aber damit hole ich nur die Daten zurück, die ich effektiv brauche. Und damit viel weniger. Aber ich habe einen Runtime-Error, weil es diese Funktion nicht gibt. Ich kann die GetHRF-Products nicht in der Datenbank ausführen. Und Entity Framework Core 2 hat das noch funktioniert. Da hat er das selber erkannt. Was machen wir in der Datenbank? Was machen wir in der Memory? Das war aber nicht nur gut. Weil man hat es unter Umständen gar nicht gemerkt. Irgendwie haben es noch Warnings drin gemacht. Darum haben sie das mit Entity Framework Core, mit Feature, wieder ausgebaut. Das war so ein Breaking Change, den man hatte. Jetzt haben wir das nicht mehr. Darum kann man das auftrennen. Und jetzt kommen wir zu dieser anonymen Projektion. Ich mache einfach den Select zuerst mit New, ohne Datentyp. Weil ich habe diesen Typ nicht. Hier habe ich einen ID drin. Hier unten habe ich den Product Result. Hier haben wir einen anonymen Typ, der auf die Datenbank geht. Und den Select. Dort macht man die Daten ummappen und ruft für jedes Item noch die GetHRF-Product. Das ist auch damit gemeint. Wir haben nicht ein Overfetching von unseren Daten. Dann als Letztes. Der Compiled Model in Entity Framework Core 6. Ziel ist, wir wollen die Startup-Time für den ersten Call reduzieren. Und da gibt es auch ein neues Tool. Das können wir aufrufen mit .NET EFDB Context Optimize. Wir müssen wieder das Projekt angehen. Die beiden, die dazu gehört. Infrastruktur und Startup. Das generiert uns dort im Folder Compiled Models. Hier müssen wir starten die Reflection-Plügte weg. Reflection ist immer langsam. Wir suchen die Calls zusammen. Das ist viel schneller mit Code. Im Moment muss man sie noch separat aufrufen. Vielleicht habt ihr schon gehört. Mit .NET 5 hat man die Code-Generatoren eingebaut. Und da können wir jetzt immer mehr Tools dazu integriert. Ich denke, das ist ein erster Ansatz. Ich kann mir vorstellen, dass es mit einer nächsten Version, dass es bereits automatisiert stattfindet. So dass man sie nicht mehr immer jedes Mal vorhanden rufen muss. Wenn man es vergisst, dann passt das Modell nicht dazu. Und darum haben wir es so gemacht, dass man das nur ausführt, wenn wir nicht im Development Mode sind. Nämlich im Production. Weil dann kann ich es irgendwie auf meiner Build Chain entsprechend implementieren. Dass wir dort das Use-Model drin haben. Und dann die Initialisierung dort starten. Damit das funktioniert, müssen wir die EF-Tools installiert haben. Auch in der richtigen Version. Also am besten in der aktuellen Version. Entweder rufen wir auf .NET Tool Install. Oder .NET Tool Update. Je nachdem, was wir schon drauf haben. Wenn wir installieren, haben wir schon drauf und die Fehlermeldung sind entsprechend zu update. Das möchte ich auch nochmal schnell zeigen. Generierte Code. Hier sehen wir hier ein Compiled Model. Der generierte Code für die verschiedenen Entitäten für das Modell. Guter quasi den DB-Kontext konfigurieren. Einfach per Code. Und das ist generiert. Wie gesagt, jetzt muss man es noch vorhanden aufrufen. Per Command Line. Aber das ist im Prinzip auch, wo man auch automatisieren könnte. Das Post-Print-Prozess machen. Und dann nimmt man das auch jedes Mal. Gut, wir kommen zum Schluss. Was wir gesehen haben, ist. Die Projekt-Hierarchie. Wie man das aufbauen kann mit diesen vier Paketen. Je nachdem, wenn wir grosse Projekte haben. Da gibt es natürlich noch ein Layer 2 mehr. Wir haben gesehen, wie man mit Nullable Types umgeht. Die verschiedenen Varianten. Dass ihr entweder ein Typ Nullable deklariert. Oder einen Konstruktor macht, der das Feld sicher initialisiert hat. Wir können einen Default-Wert setzen. Und im schlimmsten Fall können einen Alpha-Giving Operator setzen. Aber der nur mit Bedacht. Wenn ihr sicher seid, dass irgendjemand das Property auch noch initialisiert. Dann haben wir die User Secrets. Bei der Performance-Optimierung. Wir sehen Link Statements. Man kann nur schon durch die Umstellung von den Link Statements unter Umständen besser ein SQL generieren, der schneller ist. Also, AND ist immer besser als OR. Weil OR wir noch immer einen Pulltable-Scan machen. Was immer wichtig ist bei der Performance ist, dass wir die Indizes korrekt setzen auf der Datenbank. Da gibt es aber auch Analyzer, mindestens mit dem SQL Server, die bei euch helfen, die Statements zu verbessern. Oder die Indizes richtig zu setzen. Overfetching verhindern. Schauen, was für Daten wirklich zurückkommen. Was braucht ihr denn eigentlich? Das kann man eigentlich nur als Minimum holen. Patching verwenden. Dann noch einen Datenbank-Index setzen. Das habe ich schon gesagt. Anonyme Projektion. Das Beispiel. Statement Include. Lieber nur die Daten effektiv abholen, die wir brauchen. Und der letzte Punkt ist das Start-up von Context. Die Compile Models.